Hallo, mein Name ist Sören Bolz, ich bin 48 Jahre alt und arbeite zurzeit am Bereich Seefahrt der Hochschule Wismar in Warnemünde. Wie bin ich zur Seefahrt gekommen? Mich hat in der Jugendzeit das Fernweh gepackt, ich habe mich bei einer Reederei beworben, habe dann auch in Warnemünde studiert, bin Diplom Schiffsbetriebsingenieur, bin 15 Jahre zur See gefahren in der Maschine und habe mich wieder landorientiert, bin jetzt wieder am Bereich Seefahrt tätig und unterrichte Studenten. Das Meer ist ein spannender Arbeitgeber, es kann für jeden persönlichen Geschmack der genau richtige Arbeitsplatz sein, ob in der Meerestechnik, ob im Schiffbau oder auf den Schiffen selbst. Es gibt spannende Berufsfelder und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten auf diesem Sektor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017